Joa, herzlich willkommen. Wir machen heute einen Misch aus Besterdeutscher Botland und Ignorzometer. Und wer könnte das andere sein? Patrick ist natürlich wieder da. Hallo. Und wir spielen natürlich, äh, Cans of Cancer natürlich, Jasu, Alistar. Und jetzt könnt ihr meine richtig tollen Bronze-Fünf-Jasu-Plays sehen. Das würde ich nicht mal behaupten. Ich meine, unser Swain hat ja richtig funktioniert. Ja, aber Swain brauchst du auch nur R drücken. Wenn das auf Jasu so einfach wäre, dann wäre ich froh. Dann, du nimmst einen. Ne, ich nehm nie einen. Ich bin nur drei. Ich bin tot. Ne, ne, Drink. Auf der Sonne kommst du nicht wieder raus. Überleg mal, Ignite einfach auch. Fuck close. Das war richtig close, ey. Allein der Flash hier war. Das war's für einen Minion-Wave-Zulucha. Das war's für einen Minion-Wave-Zulucha. Tschüss. Woah, look, 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 look at the place, look at the moves. Ich will den Kaktar, aber nicht tanken. Nimm den. So, gehen wir mal Base und holen wir mal so ein, zwei E-Tabs. Our only chance to win is if we knock up Jinx. Hallo, wir haben so ein bisschen Schaden an Bord, würde ich mal behaupten. Das haben wir auch so bekannt wenig Initial-Schaden, weißt du? Ja, ich meine, wir haben so, wenn sie von irgendwas gezählt wird, wird sie rumgebolzt. Ich meine, wir haben Lux, Yasuo, Kindred, Jarvan. Wer hat denn ge-reconnected? Unser Jungler, cool, unser Jungler war kurz AFK. 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 Und du gerade guckst, sag mal AFK. Du kannst aber guckst AFK. Na, der hat mir gerade auf dem AB gesprochen. Oh mein Gott. Ich bin kein Fan von dir. Tschüss. Wenn du einen Knock-Up hast. Ne, drei Sekunden. Gut. War sowieso richtig genial gespielt von mir. Kommst du raus? Ja. Naja. Das ist so dumm, dass das funktioniert, ne? Das ist so dumm, ja. Aber Free-Elo, an alle Yasu-Mains da draußen, hört auf mit Lanes zu spielen. Mit Lanes wird nur Kinte. Mit Lanes wird gut Kinte. Von Top-Lanes ganz zu schweigen. Ja, Top-Lanes sind sowieso immer die schlimmsten. Top-Lanes sind immer die schlimmen Fingern. Da sind diejenigen Schlawiner unter uns, ey. Die Tower auch mal Half-Life gezogen. In fünf Minuten. Guck doch, guck doch. Schaffst du ja doch nicht. Ich glaub, Jinx hat wieder Heal. Das kann ich dir beantworten. Die hat in zwölf Sekunden Heal. Ich werd hier für 100 Pro für irgendwas noch geflamed an meinem Jahr. Ich werd dafür geflamed wahrscheinlich, dass ich nie viele oder so. Oh. Guck denn hier für ne Versammlung. Happy-Feed-Party. Als ob. Los, hol doch einfach die anderen und nicht den dummen Thrash. Obwohl ich um Aesthetics, oder? Macht man halt so auf ja, so ich hoffe einfach ja. Wer braucht Phantom Dancer? Einfach rein in die Scheiße. Obwohl, Phantom Dancer ist doch vernünftiger, würde ich mal behaupten. Gerade weil die Jinx mir dann kein Damage macht mit ihren Popeligen 24 Farmon 1, 2.1 KDA. Ich kann auch nicht mehr denken. Das Ding ist, ich spiel irgendwie auf 30 FPS oder so. Wir haben auch von der Popel, das ist richtig kacke. Ich glaub 255. Ja, du hast aber auf einem festen Laptop. Ich spiel... Äh, festen Rechner. Ich spiel auf einem richtig geilen Laptop. So aus dem... Der kommt aus der Steinzeit wahrscheinlich. Obwohl ich glaub Steinzeit ist noch zu neu. Steilzeit plus 15. Ja, da... Da gab's noch keine Kartoffeln. Okay, da ist gerade irgendwie ein Nullzusammenhang. Da gab's doch keine Kartoffeln. Nein, ich... Nein, ich hab grad an so'n Bild gedacht. Warum ist Thresh Level 5? Gut Tag, du Lappen. Ich kann in 4 Sekunden... Kann ich die raus... äh, wehen. Warte, lass mich nochmal ne Queue staken. Ich hab keine Ultimate noch nicht. Wollen wir Tower machen einfach und die dann killen? Obwohl, ne... Wir haben nicht genug Minions. Warte, sobald ich Ultimate hab, kannst du rein. Loll. Alter, dieser Moment, wenn du einfach so ne Skype-Benachrichtigung bekommst und erstmal deswegen aus dem Spiel raustabst. So, jetzt können wir. Main! Kappa. Kappa. Ich will doch kein Jasu main. Wo hab ich denn das sonst her? Ja, ich bin... ähm... Da reden wir nicht drüber. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Lass mich mal gucken. Lass mich mal gucken. Ich brauch noch 100 CS. Äh... 100 Gold. Ich brauch noch mal 100 CS. Ach, ganz schnell. Ganz schnell. Warte ich nicht Base. Du hast euch wiederholt dazu. Wir können die, wir können die Spaß nochmal wiederholen. Na, ich wollt eigentlich das mit Phantom Dancer und, äh, BF Sword machen. Nein! Oh, wie lucky ist die denn, bitteschön, ey. 13 HP. Alter, aber das Outplay schon wieder, ne? Joa, hier kommt, hier kommt so ein komischer Vogel mit 8 Augen um die Ecke. Ja, easy, hauen wir weg. JANTS! Äh... Aber, kann das, kann das sein, dass Jinx, Jinx-Spieler nicht allzu gut sind? Ah, ne, der Kind hat sich, den Hilde, den er auf einmal gekriegt hat, war halt einfach... Mh, Dangerous, ne, keine Ahnung. Ach, Relic von Thresh war das wahrscheinlich. Ach, gib mir 2100 Gold, dann ist die Runde vorbei. Also ist sie jetzt auch schon, weil... Ja... Ich weiß ja nicht, so 11 Minuten, T2 Tower fast down. Ich spiel ja auf 20 FPS Yasuo und ich rasiere die also. Ich hab schon wieder Ulti, also, bereit wenn du's bist. Ja, ich hab auch UL, aber ich geh erstmal ein bisschen tief drücken zu morgen. Wieso greift mich denn der Tor auf einmal an? Ich hab dir nur noch gar nichts getan. Hey, was soll das denn jetzt werden? Ach, Alter, bist du schlecht, Junge. Guten Tag. Denk ich mir. Dangerous Game? Nein! Ne, ich hab keine... Leider hab ich kein Dangerous Game dabei, das ist der falsche Baum, tut mir leid. Äh, äh, shit. Hab ich auch nicht. Ich spiel irgendwie 18, 5, äh, 7 oder so. Ich kassier mal deren Red Buff, äh, Blue Buff ein, ne? Danke. Äh, 13 Minuten T2 Tower weg, wie kann das denn passieren? Ja, als die immer Bronze ist, ne? So gefühlt, so von der Elo her ist das hier nicht mal rüber. Ja, sollte es aber eigentlich. Da läuft Frickles, der Hund läuft Frickles. Ja, ich bin immer lieber Wölfe, das gibt mir irgendwie ein bisschen mehr Gold gerade. Komm mal mit, ich steh hinter den irgendwie. Ja, ich komm von vornherein. Mitte runter E-Sport. Wo wollen sie denn hin? Scheiße. Warte, warte, warte. Hat der Ulf? Ja, hat er. Lass einfach Base, ich hab IE und meine Schuhe. Komm her. Ich hab keine Ulti. Komm her. Ich hab grad schön die Jinx-Hulte geblockt mit der E. Schuhe. Okay. Schuhe. Warum hat Jinx Red Buff? Hat die irgendwie in unseren Jungler gesmited? Äh, gesnipe. Gesmited. So, dann haben wir das, dann haben wir nochmal hier in vorn. Sag ich mir... Oh, ich weiß, was ich hol. Ich hol mir Frozen Mallet einfach nur, um die richtig abzufacken. Sooo. Also das sieht doch nach einem stabilen Item-Mild aus. Jinx denkt sich erstmal, ich hol mir erstmal Blazard und King und mach mich selber useless damit. Oh ja, genau. Ich hol mich einfach weg. Alles klar. Boah. Puppi killt den Jargon gleich noch, oder? Loh! Ich hab's aber prediktet. Was denn deren Botland? Traut euch, kommt raus, kommt raus, wherever you are. Ne, der Kinwin hält sich nicht. Ich mach die Jungs auch hier alleine fertig, ne? Ich hoffe das ist okay für sie. Joa. Jetzt schon Elixir auf Iron holen? Ja, Minute 16 einfach erstmal Elixir auf Iron, Alter. Was will die denn? Ja, komm her, ich rasiere den Anus weg, ey. Zuckerpüppchen, ich hab eventuell Red Buff, das könnte etwas schmerzhaft für sie enden. Soll ich versuchen, ob ich sie kitten, ey? Ich lass das lieber. Ich komm, ich weiß nicht mehr was. Ach, hier Red Buff, ich rake sowieso über 4 HQ Bank. Oh, ich bin gleich wieder da und dann haselt Kugeln, ja. Gut, ich denk mal, ich hab meine Aufgabe erfüllt. Du hast mich gut protectet, danke Schiff. Nö, Kutschcrafter, wer ist denn das? Kenn ich nicht. Ich hab ihn, ne, brauche ich noch ein bisschen. Lass mal Drake machen, ich hätt ganz gerne mal so'n. Äh. Danke, das ist trotzdem ja. Scheiße. Das war unfair, der macht zu viel Damage. Ja, und vor allem Food Damage, das ist überhaupt nicht witzig. Nö, das zählt nicht, das ist unfair. Den sollten wir erst mal direkt bannen. Jetzt haben wir hier Blades of Green King. Weil ich mein, 2100 HP als Jase zu haben, ist halt unfair. Und dazu noch fast 100 Armor. Geht natürlich, das müssen wir verhindern. Deswegen bauen wir jetzt einfach ein bisschen Damage. Also es ist halt die ganzen Kills in unserem Team. 0, 3, 2, 3, 1, 16, 3. Ähm. Also die hab definitiv nicht ich. Ich glaub ich auch mit Death Stands, weil dann kann ich übel viel Damage essen. Der Draven hat die 21-Pilt geholt. Der Draven hat sich alle gemacht, er hat sich alle vorbereitet. Ja, unsere Impact-Maschine. Die Frage ist, wie nennt man die Bottle-Land? Ja, Suhl ist da... Ich hab jetzt sowieso die geilste Zeit und soll. Erstmal 6 Wochen Apart. Echt? Ja, ich hab jetzt doch noch ein paar hin. Alles gut. Ja, hab ich auch. Aber erst in 3 Wochen. Die Frage ist, was machst du im Harz? Hast du da einen Rechner? Was? Hast du da im Harz einen Rechner zum Spielen? Einfach hier im Harz mit dem Ardab. Ja. Und was machst du denn im Harz? Harz? Nee. 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 Okay. Genau, ich sitz hier einfach die ganze Zeit, weil im Harz so viele Bäume sind. Ja, kratzt du das Harz 4 von der Rente, ne? Weil im Harz so viele Bäume sind, sitz ich hier und hör die ganze Zeit von 257 aus heute. Oh Mann, ey. Boah, Junge, was willst du eigentlich? Oh, falsche, falsche Richtung. Hä? Warte, ich dachte, er wäre tot. Ich dachte, er war tot. Aber der war einfach in unserem Alphastrack. Scheiße. Ja, hätte man wissen können, aber... Nee. Ich bin ja so. Ich darf und muss sowas nicht beachten. Aber jetzt habe ich Live-Steal. Ich hätte vielleicht mit meinem Flash warten wollen. Da hätte ich ein bisschen später geflascht, aber wahrscheinlich hätte ich ihn nur mit einer Kuh getroffen. Ja, wir hatten zu wenig Knock-Up. Ich habe halt nur den Thresh getroffen. Mit meiner Kuh. Wow, okay. Ich habe den Thresh mit meiner Kuh getroffen. Ich habe so einen Alissa losgeschossen. Ich weiß auf jeden Fall, wie man es exekutiert hat. Hä? Wo hat die sich denn exekuten lassen? Hä? Wo ist die gestorben? Sie ist bei uns zu exekutieren. Lol. Das ist auf jeden Fall pure Lebensfreude. Kann ich mal aufhören, den Tower zu pushen? Dumme Furt. Mein Fräulein, Junge. Wenn ich das sehe, dann geht mein Blaulicht an. Mein Blaulicht. Nix für so ein Polizist so, mein Schatz. Was? So ein Polizistin so, mein Schatz. Ich autopolizei, den Liebteil Höchstfeuersatz. So. Kommt der Aserbatenkammer ab. Polizei Party Power fickt mich halt immer. Hallo, geh mal. Geh mal selber, ne? Gegner, hallo? Geh mal bitte Seife auf. Da brauchst du nicht mehr so tun, ne? Oh, was ist die da? Boah, jetzt was ist denn euer Problem hier? Hast du einen Knock-Up? Ne, ich hab kein Leben. Nein, ich hab keine Kuh mehr durchbekommen. Tschüss. Also, die Uhr war auf jeden Fall nötig, ey. Boah, die Escape noch. Und Kindle denkt... Guck dir mal an, was die da macht. Ja, hm. Ich counter Jungle lieber anstatt irgendwas Sinnvolles zu unternehmen. Ich bin Jarvis, ich hab zwei Möglichkeiten. Ich kann dich gegen meine Kuh töten, oder ich springer sie drauf. Das wäre ja ein Out-Attack gewesen, er steigt genau neben der. I don't have Tele. Ja, und man kann ja eventuell sehen, dass wir eventuell nicht gerade Top-Lane am Fighten sind. Und Jarvis, du solltest vielleicht nicht wegrennen, wenn ein Jungle ein Ultimat hat, die dir eventuell den Arsch retten kann. Ja, wenn sie sich zünden würde. Drei, zwei, eins, Trennung. Ja, mit Death Dance ist es leichter, die zu fighten. Polizei heißt Thorsten, Melanie und Thomas. Ich krieg' wahrscheinlich nachher Strikes, weil du die ganze Zeit das Lied singst, ey. Ey, nee, ich sing das so korrekt, dass die denken, holy shit, das spielt wieder War, man. Der ist singing main. Lass mal gucken, ob hier ist so ein komischer Blue-Buff. Nee, also selbst das Ding darfst du, Salah-Gamer. Du darfst halt eben nur nicht die Datei abstieren. Echt? Ja. Hä, okay. Ich glaub' nur, dass selbst das Ding ist, ist alles okay. Weil dann fällt jetzt ja nur die Kategorie Cover. Ach so. So. Eine Wave noch, schon hab' ich mein... Ich würd' mal sagen, die haben so alle Leute unterwegs. Ich würd' mal sagen, wir gönnen uns hier mal erstmal so Fett-Tower. Wir gönnen uns einen schönen Fett-Gödel. Du bist jetzt nicht der Polizei die Beine. Wie ist das denn? Poppy. Bob! Alter, irgendwas wollt' ich hier, Bob? Ich bin nicht bei dir. Nein! Ich wär' oben allein Bescheid-Gödel. Ich hab' ein guter Cooper. Aber, wer auch tackle das Ding ist? Ich wär' oben jetzt überlegt. Ich bin nicht Tall-G bağ- lendloslos. drei Kills und Mitte ist auch noch ein Kill gefallen. Könnte man als Wolf abstempeln. Und jetzt, Last Item, erstmal schön die GA. GA oder Trayforce? Was ist ekliger? Ich bin von mir selbst enttäuscht. Ich hab hier viel zu wenig Equipment. Wo ist meine Panzertröte? Mä, mä. Mä. Wieso haben die Gegner so viele Kills? Das gefällt mir nicht. Achso, der Yi ist fett. Ich glaub, doch, GA ist vernünftig. Können wir auch Tankhalter holen, aber Tankhalter, ja, so bockt jetzt nicht so. Warum ist es eigentlich kein Support-Alter mit jemandem, weil ich jemand instant töten kann? Dann wärst du auf jeden Fall Supporter. guck mal die Looks an, die Looks steht einfach so neben der Jinx mit Lifesteal, anstatt er hat das wegrennt. Weißt du, so ein Schaden, wenn Jorik damals diese 10 Sekunden vorbeibringen, die ich revivet hat, weißt du? So ein True Damage-Anteil, so 10.000er True Damage-Thing. Klub weg. Weißt du, so, und das als Item. Easy. Ja, dann wird, kann sich das aber jeder kaufen. Ohne Cast-Zeit, ohne Delay und Point-Click. Ja, und ohne Cooldown, ne? Ohne Cooldown, genau. Das wäre das Item, was ich mit zusammenbauen würde. Polizei hat letztes Jahr sieben Leute abgeknallt. Nee. Ähm. Ich hab dich nur so wechseln gesehen. Ich hab nur so leise Probleme. Ich hab nur so leise Probleme gegeben. Nein. Das find ich nicht mit. Das ist gut. Und die Jinx fightet nicht mal mit denen. Kindred, du dumme Nö, nö. Dein Schlitz schwitzt. Nö, nö. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht so raus posauen. Hä? Er hat die Ult gemacht und ist auch egal. dummen Natter. Der Jarvan hat auf jeden Fall Impact, Alter. 1, 8, 3. Jetzt macht er mit Ulz oder was? Die Lux ist auch so eine richtige Impact-Maschine mit 8, 2. Ja, aber die macht ja wenigstens was. Ich mein, die hat ja mehr Impact als unser Jungler-Top-Liner zusammen. Lux ist tot. die Lux ist tot. Die Lux ist tot. Die Lux ist tot. Gleich haben wir das Lied durch. Oh, da hab ich wohl eine Ulti abgewehrt. mit meiner. Nein, okay. Wusstest du eigentlich, dass man durch einen Bug in der Pop- wenn du wegfliegst von der Pop- und mit Alistair Ulti konnte dann einfach von mir mir runtergefallen ist? Jinx, wo willst du eigentlich hin? Tschüss. Ähm, da war wieder das 2v4. Leute, ganz wichtig. Ihr braucht keine Teammates. Ihr braucht nur euren Support. In der Google. Ja, außer von Pre-Match spielt man glaube ich nicht unbedingt. Ja, so Botland. Hä? Wie viele Towershots hast du gerade gefressen? So 20? Oh. Wie viel. Lass ihn mal killen. Ja, ich hoffe das doch so nicht. Der Düter-Tayasu ist schon da. Oh, das ist halt so. So ist der Düter-Tayasu-Verstärkung dann. Oh, gute Popi-Ul. Gute Popi-Ul. Kann man nichts gegen sagen. Oh, ich hab noch viele Schlappen. Wie viel nehme ich auch da damit? Piu. Okay, scheiße. Da wurde ich gebumst. Egal, ich glaube mit BT soll das alles ein bisschen besser laufen. Was hole ich bitte mit dem jetzt noch? Ähm, warte, das hast du dir geholt, dass ich weniger Damage bekomme. Redemption? Oh Gott. Pass auf, jetzt mach ich die Penta mit Redemption. Redemption oder Iceborne kannst du dir doch auch holen. Nein, nee, ich hab Redemption. Mache Penta. Mit Ansage, ja. Mit Ansage, okay. Das heißt, ich muss die alle so 50 HP runterkloppen, damit du die killen kannst, oder was? Nee, Redemption nach Sattel. Damit du mir wieder meinen Pentakill klauen kannst. Nö. Erhielt er, ey. Erstmal klauen wir das First-Flaggen-Runde vorher und dann der Pentakill auch noch, ey. Und davon nee, mach 250 2-Damage. Achso. Ja, das ist 250 HP runter. Muss ich gut timen können. Ist nicht so leicht mit so wenig Critch-Chance. Ich will nichts behaupten, aber ich bin tanky so ein bisschen. Schau mal mich an, Junge. Was denkst du? Wie viel HP hast du? Du hast doch nur du hast doch nur 900 mehr als ich. Ja, aber meine Resistenzen, lieber. Hier ist ich hätte gern etwas Protection. Ich dämt. Hä? Was war das denn jetzt für eine Random-Aktion? Einfach Joa, wir rennen jetzt mal mit zwei Mann auf den Yasu drauf und schauen mal, was passiert. Vielleicht funktioniert's ja. Oh, nö. Yasu krettet doch hier und da mal ein bisschen. Könnt ihr Aua machen. Hallo. 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 Wir müssen nur irgendwie den Yi rausbekommen. Ähm, ich bin gleich wieder da. Kann sich nur um Jahre handeln. Wir sind 5 gegen 4, ne? Und und nee. Ich tank das hier ab. Kapatt. Oh. 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 Dummer Lappen hier, ey. Schwieg kein Yi davon. Schrumpft euer Bizeps und euer kleiner süßer... Hallo. Warum denn immer ich? Was hab ich denn euch getan, dass immer ich weggoldet werde? Immer wenn die Ult kommt, entweder fliege ich denn rum. Ah, ich bin hier abgestochen. Wartet auf mich. Wartet auf mich. Wartet auf mich. Wartet auf mich. Ja, ich sag schon mal an dieser Stelle... Oh. Schönes Spiel. Krieg mit auf die Klappenfoto. Oh. Oh. Auf jeden Fall eine schöne Runde. Ich hoffe, ja.